Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Hallo, ich bin Marcel Nitsch, ich bin 31 Jahre alt und wohne in Bonn. Was machst du? Ich bin IT-Berater mit Schwerpunkt Softwareentwicklung bei der Firma Heger Consulting in Bad Grudesberg. Meine Aufgaben sind, wie der Name sagt, Software entwickeln. IT-Berater heißt, ich mache das in Projekten, bei Kunden, nicht für ein eigenes internes Produkt, das verkauft werden soll. Wie bist du da hingekommen? Nach meinem Abitur habe ich Physik studiert. Ich habe mir dort etwas Zeit gelassen und währenddessen festgestellt, dass Programmieren einfach das ist, woran ich wirklich viel Spaß habe. Das Physikstudium habe ich auch angefangen, nicht weil ich an der Physik sehr interessiert war, sondern weil bei einer Veranstaltung, in der Schülern die Studiengänge vorgestellt werden sollten, mir ein Dozent sagte, im Physikstudium lernen Sie, ein beliebiges Problem in einer endlichen Zeit zu lösen. Ich dachte, das klingt großartig, das muss ich mir anschauen. Und so habe ich das dann getan. Nach dem Studium habe ich dann den Quereinstieg in die Softwareentwicklung gemacht. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Zuerst dahin gezogen hat mich, als ich im Studium gelernt habe, wie man die mathematischen Probleme nicht durch Stift und Papier mit Handrechnen löst, sondern indem man Computerprogramme schreibt, die dann statt einer exakten Lösung eine Näherungslösung bestimmen. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Softwarearchitektur ist für Entwickler etwas Gutes, wenn sie vorher sich ausgedacht wurde und vorhanden und dokumentiert ist. Grundsätzlich ist es einfach sehr viel einfacher, sich in einem Projekt einzufinden, den vorhandenen Code zu verstehen, wenn es Dokumentation zur Architektur gibt, wenn man sich vorher viele Gedanken darüber gemacht hat und diese dann auch klar umgesetzt wurden. Wenn man sich nicht an die Dokumentation hält, die man hat, ist das natürlich blöd, dann muss man die Dokumentation anpassen. Ansonsten habe ich im vergangenen Jahr auch eine Schulung gemacht, in der ich selber viel über Softwarearchitektur gelernt habe. Das war eine interne Weiterbildung, die man Architektenschule nannte. Da habe ich für mich gelernt, okay, über Softwarearchitektur zu wissen ist wichtig, hilfreich, ist auch einfach interessant und macht Spaß. Ich glaube, Architekt werden möchte ich nicht. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Mein schlimmster beruflicher Moment war während des Studiums, als ich neben dem Studium her in einem Theater gearbeitet habe als Techniker. Und in diesem Theater als Techniker war man am Ende der Nahrungskette und jeder konnte einem sagen, was man zu tun hat. Und dann gab es Momente, wo man da steht, okay, in 20 Minuten fängt die Vorstellung an, ich muss in fünf Minuten an die Kasse gehen und anfangen, die Leute abzukassieren und die Lichteinrichtung ist noch nicht fertig. Und die Chefin sagt, ja, es ist jetzt unbedingt wichtig, dass diese neuen Bilder aufgehängt werden. Und dann sagt ihr, nein, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, die Vorstellung muss laufen. Und sie sagt, doch, das ist jetzt wichtig. Und ja, dann sitzt man da und hat fünf Minuten, um Bilder aufzuhängen, das Licht fertig einzurechnen, um zur Kasse zu gehen. Es macht keinen Spaß. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Die wichtigste nicht-technische Fähigkeit für mich ist die Kommunikationsfähigkeit. Es entsteht an vielen Ecken und Enden unfassbar viel Frustpotenzial, wenn nicht klar kommuniziert wird, was jemand haben möchte, was jemand braucht, wo jemand ein Problem hat. Natürlich ist es nicht immer einfach, sich klar Gedanken darüber zu machen, was man haben möchte. Aber es ist einfach wichtig, klar zu kommunizieren und diese Kommunikation einfach nicht abreißen zu lassen und auf den anderen einzugehen und nicht zu sehr aneinander vorbeizureden. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Im Moment konzentriere ich mich darauf, sicherer in meinem Beruf zu werden. Ich habe vor zwei Jahren angefangen als Softwareentwickler, habe erst mal noch eine Weile lang gelernt, wie man Software entwickelt. Programmieren konnte ich schon. Ich habe eine neue Sprache gelernt und dann auch Designprinzipien, sodass man nicht nur ein Programm hinbekommt, das eine Kleinigkeit sehr gut lösen kann, sondern auch etwas bekommt, das erweiterbarer ist und geupdatet werden kann. Und jetzt bin ich in meinem ersten Kundenprojekt, lerne da weiter natürlich. Das Lernen hört nie auf in unserem Beruf. Aber das wichtigste Ziel für mich ist es im Moment, einfach Sicherheit zu gewinnen. Wie trete ich auf? Was sind meine Stärken? Wie kann ich unterstützen? Wo muss ich mehr lernen? Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? In meinem Beruf finde ich es manchmal sehr schwierig, wirklich acht Stunden konzentriert zu verarbeiten. Klar, man macht irgendwann eine Mittagspause, aber man schaut die ganze Zeit auf den Bildschirm, man ist die ganze Zeit mit Code beschäftigt oder wird zwischendrin dann durch Meetings rausgerissen, weil man mit anderen Leuten organisatorische Sachen klären muss. Das ist einfach kognitiv eine große Menge, was zu verarbeiten und drüber nachzudenken ist. Es hindert die Kreativität und am Ende so eines Tages ist man dann doch durchaus geschlaucht. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Drei Ratschläge an mein 18-jähriges Ich. Ich glaube, ich verzichte lieber darauf. Ich bin eigentlich im Großen und Ganzen ganz glücklich, wo ich bin. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe Spaß an meinem Beruf. Und wie man aus Science-Fiction lernt, es ist nie eine gute Idee, die Vergangenheit zu verändern. Wer weiß, wo man dann landet. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ich möchte euch mit auf den Weg geben, nehmt nicht alles so ernst und beeilt euch nicht so sehr. Genießt euer Leben. Ich habe zehn Jahre für mein Studium gebraucht. Es war eine wunderbare Zeit. Am Ende, mit einem lachenden Auge geht man. Es war eine schöne Zeit. Es ist schön, wenn sie irgendwann vorbei ist. Aber kümmert euch nicht zu sehr darum. Klar, man muss von irgendwas leben. Aber Geld ist nicht ein Selbstzweck. Es ist wichtig zu leben. Und wenn man nur Geld verdient, um Geld zu haben, was hat man dann? Geld. Aber sonst nicht. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich spiele sehr gerne. Ich natürlich Computerspiele. Ich spiele alles an Spielen. Es gibt Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele. Ich habe einen regelmäßigen historischen Tanzkurs, zu dem ich hingehe. Und ansonsten mache ich auch noch hier und da ein bisschen Musik. Und ansonsten mache ich auch noch hier und da ein bisschen Musik.